Wenn mich jemand fragt, wo ich arbeite, und ich sage, ich arbeite bei der Ricola, das erste ist, man sieht in den Gesichtern ein Grinsen und das zweite ist immer sofort Ricola, 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 Ricola. Es ist echt lustig. You know the company is global when people know the jingle in Canada. In Italy, ich arbeite mit fünf Ländern in Europa, Spanien, Portugal, Cipro, Malta und Gratia. In der Endeffekt, wir sind eine brand. Wir stehen für die gleichen Dinge überall. Was haben Ricola und ich in common? Darf ich zwei? Was mir wirklich gut ist bei Ricola, ist das sehr gut, und auch das entrepreneurial. Wir sind beide durch die Möglichkeit, die Möglichkeit für neue Dinge, die Möglichkeit für change. Liebe. 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 Die wichtigste Qualität hier bei Ricola ist ein sehr guter Gefühl der Curiosity und der Anstrengung zu finden, neue Fälle zu tun. Das Produkt ist so unikalisch und die Firma hat eine sehr hohe Reputation. Das ist wichtig, dass die Firma eine große Kultur für die Menschen dienen. Ich mache morgens den PC an und habe eine E-Mail von einer Kollegin aus China und abends habe ich eine E-Mail von einem Kollegen aus den USA. Ich wusste nie, dass die Firma so global war. Ich sehe sie daily via E-Mail, via Skype, am Telefon, via WhatsApp und habe auch die Möglichkeit zu sehen. Ob in Singapur oder hier in Laufen, wir sind eine Familie und das spürt man. Ich muss euch das machen. Du kannst es wieder tun? Ich schau dich auch weiter. Ich schau dich einmal an und lasse zurück. Ich schau dich. Ich schau dich. Ich schau dich mal an. Kann ich eineinige Look? Vielen Dank.